jo leute herz willkommen zu einem neuen video wir spielen sub auf dem goma hd.net server ich bin gegen kirito kun oder oha equal schon was soll ich machen der typ ist zu gut er ist zu gut das ist das erste mal glaube ich dass ich jemanden hier sehe der wie heißt in sub rangliste ist bei gott das habe ich noch nie gesehen die war immer leer die liste da 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 ja sogar susano unfair wohl nicht unfair ich hab da ein scharren haben sonst macht keinen sinn oder obwohl doch macht aber trotzdem wäre doch viel geiler wenn er noch so schreien gahn hätte also geflext ich weiß dass du sie niemals niemals im leben sehen wirst aber sollte den märchens mod user würde ich dir raten kauft die direkten scharien gahn dazu macht den skin rein wo diese augen dann nicht wirklich auffallen und dann boom perfekt perfekt wir kommen mit dieser ist das anstrengend jungs ich habe eine frage dieses 18 hat ja so diese in die labor wie das noch heißt ich habe eine frage ist es beim leben und rausgemacht worden also haben die das gefilmte das ding ist halt so ich habe gehört dass das da schon da drin sein soll aber irgendwie soll das aber auch verboten sein das zu haben weil das ja quasi ein cheat ist der halt dieses spiel umgeht so und ich habe das noch nie irgendwie klinger ich dachte vielleicht soll ich mir das mal rein machen damit ich auch mal bessere hits in 1 8 verteiler war wo waren wir stehen geblieben ja ich möchte auch so coole hits verteilen vielleicht ist das der grund warum ich mal so hart kassieren 1 8 oder warum in letzter zeit ich weiß nicht diese version ich werde meine meinung bis heute nicht ändern also sie wird sich niemals ändern aber wirklich 1 8 ist einfach ab dann ging es den bach runter 1 7 war die letzte gute version auch wenn die auch schon ein bisschen kaputt gemacht hat sie hat so viele leute schon zum klitten gebracht aber 1 8 ist halt schon wieder 1 zu viel 1 zu viel die haben es dann doch wieder zu übertrieben shit version ich finde es voll wackier dass man jetzt 25 übrigens braucht um überhaupt ein ranking zu bekommen jetzt game and i don't like what the fuck ist es halt nicht mal annähernd drauf auf sein modell aber ich habe dieser version schon ich verstehe nicht wie viele leute warum leute diese version mögen mein klar sie bietet halt so so mehr sachen für mich und so an aber jungs ihr müsst mal bedenken diese version ist so hässlich eigentlich aber ihr benutzt alle ein mod der diese version noch anschaubar macht und ihr lobt diese version aber stelle ich mir vor es würde kein label mod oder so geben oder alter animations dann würdet ihr diese version genau so shit finden wie ich aber ich finde sie auch so shit von pvp ist einfach hässlich alter wirklich hässlich ich verstehe manchmal nicht wie leute das nicht fühlen können so richtig dass das pvp ist shit ist jetzt sieht man jetzt steht jetzt steht lasst ein like da